Wie bereits angekündigt, führe ich jetzt bei meiner Ruga Mini 14 ein kleines Abzugstuning durch. Und zwar gibt es von dem amerikanischen Hersteller M-Carbo eine Abzugsfeder, eine Seerfeder besser gesagt, die ein bisschen leichter ist als die Originalfeder. Und die wollen wir jetzt einsetzen. Das sollte relativ straightforward sein. Wir fangen aber mal zuerst damit an. Ich baue die Kamera kurz um und dann messen wir erstmal mit meiner mechanischen Wheeler Abzugswaage das aktuelle Abzugsgewicht ohne die neue Feder drin, also mit Originalfeder. Und dann im Nachgang nochmal wie viel wir reduziert haben, sprich dann das neue Abzugsgewicht. Bleibt spannend. So Dele, ich habe mich im Vorfeld bereits davon vergewissert, dass die Waffe leer ist. Ja, wir drehen jetzt mal die Waffe in diese Richtung um, spannen einmal das System, gehen mit der Abzugswaage entsprechend dran, ziehen gerade nach hinten und sie bricht bei ungefähr 5,75 Pfund. Wir machen nochmal eine Messung. 5,75 Pfund in etwa. Machen noch eine dritte Kontrollmessung. Ja, das war nichts. Da bin ich glaube ich gerade an den Pinockel gekommen. Ja, 5,75 Pfund bis 6. So, mal ganz schnell ein Volker seine Gewehrauflagen mal holen, weil die bieten sich für diese Art von Arbeit eigentlich immer ganz gut an. Also, um die Mini 14 auseinander zu nehmen, spannen wir einmal das System, wir nehmen einen Durchschlag, schießen in diesem Fall bei diesem Schaft diesen Pinockel ein bisschen nach hinten. Oh, nee, ich muss den dickeren nennen, sonst verbiege ich den, weil ich das gerade schon gemacht habe. Nehmen einen Durchschlag und poppen einfach den Abzug hoch und ziehen ihn nach oben raus. Mehr ist das nicht. Ja, jetzt können wir die Mini 14 nehmen und können sie erstmal beiseite legen. Die Feder, die wir tauschen möchten, liegt hier hinten drin. So, wir lösen die Sicherung, jetzt müssen wir den Hammer entspannen. So, das haben wir getan. So, dann brauchen wir einfach einen kleinen Holzdurchschlag und müssen diesen hinteren Stift rausschieben. Der sollte so eigentlich mit ein bisschen Gefühl und ein bisschen Spielen am, oh, geht sogar ganz, ganz leicht raus. Und schon haben wir den Pin Nummer 1 draußen und dann halten wir das ganze Ding fest und nehmen jetzt die komplette Abzugsgruppe letzten Endes einfach heraus. Das ist jetzt letzten Endes der Abzug, das ist die Abzugsfeder. Die müssen wir jetzt einfach mal runter machen. Wir merken uns aber, in welche Richtung sie montiert war. Ich lege sie mir auch dementsprechend hin, aber mit dem geschlossenen Schenkel kommt sie hier oben drauf. So, dann halten wir dieses ganze Konstrukt hier fest und dann müssen wir diesen Ring hier drin, der in der Achse drin ist, rausschieben. Auch das geht relativ straight forward. Und dann haben wir letzten Endes die Fangklinke, also den Seer, in der Hand und nehmen die Originalfeder einfach raus. Das war Schritt Nummer 1. So, ich hole mal ganz kurz eine Putzlumpe, weil das Ding ist ziemlich ölig. So, das bietet sich natürlich an, wenn wir das ganze Ding auseinander haben, auch mal kurz ein ganz klein wenig drüber zu schrubbeln, um einfach mal den gröbsten Dreck und so weiter, was man sonst nicht rausholt, entsprechend rauszuholen. So, dann schieben wir die Hülse gerade wieder raus, weil die ist wieder reingehüpft. So, dann haben wir hier ein Loch und dort kommt jetzt die neue Feder von M-Carbo rein. Hier ist die Originalfeder, die legen wir jetzt einfach mal weg, dass wir sie nicht vertauschen. So, und dann haben wir im Abzug selber haben wir ein Loch, dort geht diese Feder jetzt letzten Endes rein und dann setzen wir die Fangklinke wieder ein. So, jetzt können wir schon mal gucken, dass wir die Hülse zumindest mal schon mal beginnen, reinzustecken, weil jetzt wird es ein bisschen tricky. Losfluche. Losfluche. So, aber ist ganz locker und flockig und fluffig reingeschluckt. Dann nehmen wir unsere Abzugsrückholfeder und setzen die wieder entsprechend auf das System auf. So, schauen wir uns gerade mal die Abzugsgruppe an sich an, die ist auch ziemlich versifft. Wie gesagt, man nimmt dieses Teil ja nicht wirklich häufig auseinander, das ist also tatsächlich ein bisschen zu schrubbeln. Wenn man das mal auseinander hat, hat man zumindest mal so das offensichtliche und grobe zu entfernen. Kann man immer nur empfehlen. So, dann setzen wir von oben nach unten letzten Endes den Abzug wieder ein und gucken, dass die Abzugsfeder entsprechend mit den Schenkeln dort aufliegt, wo sie aufliegen soll. Jetzt kann man auch hingehen und kann zum Beispiel mit einem Splint oder mit einem Splint Treiber, mit einem Durchschlag gucken, dass man hier so eine Art Substitute schafft. Also ein Ersatzstift, um den Einbau um ein ganz klein wenig einfacher zu gestalten und den Stift entsprechend durch hin und her wackeln, bis ihn leichter eingesetzt zu bekommen. Und schon ist der Achsstift wieder drin. Die Feder ist eingebaut. So, jetzt haben wir den Abzug wieder zusammengesetzt. Und jetzt können wir die Büchse wieder zusammenbauen. Wobei das jetzt ein Vorgang ist, den kennt ihr ja bereits. Wir setzen jetzt die Abzugsgruppe wieder ein. Sitzt. Passt. Wackeln in der Luft. Kurzer Funktionscheck. Oh ja. So, und dann testen wir mal das Abzugsgewicht, würde ich sagen. So, wir waren vorhin bei 5,3 Viertel Pfund in etwa. Und jetzt sind wir runter auf unter 4,5 in der ersten Messung. Ich blende euch noch die Kilozahlen dann ein. Ja, man muss richtig ziehen, gleichmäßig, sonst stimmt die Messung nicht. Ja, zwischen 4 und 4,5 liegen wir in etwa. Und da haben wir noch nicht mal irgendetwas an der Pfannklinke gemacht. Ja, 4,25 Pfund, würde ich sagen. Ich zeige es euch mal. Ja, 4,25 Pfund, wie gesagt. Gucken, ob man das sieht. Und damit haben wir bei der Ruger Mini 14 ganz schnell innerhalb von einer Viertelstunde noch nicht mal ein Abzugstuning durchgeführt, wo ich mal ganz, ganz gespannt bin, wie sich das auf der Range bemerkbar macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn. Ach so. Link zu der Feder, wo ihr die bekommen könnt. Ich habe sie in Deutschland nicht gefunden. Ich habe sie in Dänemark bestellt. Bei Match & Gun heißen die. Ich poste euch einen Link. Kosten liegen inklusive Versand bei etwa 28 Euro. Das waren 140 dänische Kronen plus die Versandkosten. Ist also durchaus ein vernünftiger Preis, wie ich denke. Hat einen Moment gedauert, weil da irgendwas beim Versand ein ganz klein wenig schief gelaufen war. Ist irgendwie liegen geblieben, aber das fällt so ein bisschen in die Rubrik. So etwas kann mal passieren. Hoffentlich hat es euch gefallen. In dem Sinn. Bis zum nächsten Mal.